online ist das neue online halli hallo und herzlich willkommen ich bin web-veteranin und digital detox pionierin anitra egler warum bist du immer so fröhlich das fragen mich ganz viele menschen sollte was sagen es könnte daran liegen dass ich regelmäßig weine und das tue ich mit dem größten vergnügen einmal die woche falls dir das nicht so leicht fällt wie mir lass dir gesagt sein es lohnt sich einmal die woche weinen soll ebenso entspannend antistress mäßig und lebensverlängernd wirken wie lachen und viel schlaf und es gibt jetzt sogar eine webseite die dir dabei hilft let's go online tja wer hätte das gedacht ein japanischer lehrer ist der meinung dass regelmäßiges weinen effektiver als lachen oder schlafen wirkt um stress abzubauen also ich würde mich jetzt nicht so weit aus dem fenster lehnen dass ich sagen würde regelmäßiges weinen ist effektiver als regelmäßiges lachen und sogar als ausgiebiges schlafen aber ich kann dir bestätigen aus jahrzehntelanger anitra lebenserfahrung und die empfinde ich oftmals besser als wissenschaftliche studien weil man fühlt ja immer im eigenen leben ob das bei einem funktioniert oder nicht und ich kann dir aus jahrzehntelanger anitra lebenserfahrung ungebremster anitra lebenserfahrung sagen regelmäßiges weinen ist für mich tatsächlich in punkto körperlicher und emotionaler stress abbau genauso wertvoll und wichtig wie regelmäßiges ausgelassenes lachen und ausgiebiges schlafen lass dir mal erzählen wie ich darauf kam ich habe jetzt gerade so eine pressemeldung gelesen gehabt über eine webseite die empfiehlt einmal die woche zu weinen und die heißt dementsprechend auch cry once a week dot com und auf dieser webseite findest du so kurze so ein paar minuten lange todtraurige herzergreifende kinofilm sequenzen also goodwill hunting ganz dramatische szenen aus disney movies und also die erweichen selbst das steinerste herz könnte man sagen und diese webseite sagt sie möchte durch diese darstellung und verfügbarkeit dieser todtraurigen herzergreifenden hoch emotionalen videos menschen es leicht machen einmal die woche zu weinen weil ein japanischer lehrer der meinung ist dass das eben genauso wenn nicht noch besser hilft um stress abzubauen und zwar emotionalen und auch körperlichen stress als lachen und schlafen und da habe ich diese pressemitteilung gelesen habe mir die seite angeschaut die ist schlicht und smart genauso mag ich das und deswegen möchte ich dir diese seite cry once a week dot com heute auch aus ganzem fröhlichen herzen aus dem fröhlichsten herzen einer bekennenden heulsuse könnte man sagen empfehlen ich weine wirklich wahnsinnig gerne und ich habe dann darüber so ein bisschen nachgedacht wie ist eigentlich so meine eigene tradition mit regelmäßigen weinen und ich bin darauf gekommen dass ich in meiner zeit als start-up managerin also somit mitte 20 bis mitte ende 30 habe ich freitage mir regelmäßig dvds früher noch dvds also es fing an mit videokassetten dann habe ich mir freitag abends dvds ausgeliehen ganz bewusst später habe ich sie mir dann gestreamt die filme aber ich habe freitag abends als ich noch montag bis freitag gearbeitet habe habe ich als ritual freitag abends mir ganz viele filme angeschaut um dabei nicht nur zu entspannen sondern auch richtig weinen zu können das war jetzt nicht meine erklärte absicht ich kam aber drauf weil zum beispiel mein bruder hat mich häufig gefragt und auch meine beste freunde damals warum schaust du immer so traurige filme an weil die auf mich wie eine katharsis wirken wenn du die ganze woche lang gerade als geschäftsführerin damals von 60 mitarbeitern doch eine gewisse art von emotionaler selbstbeherrschung an den tag legen muss ist das glaube ich für jeden normalen menschen aber insbesondere für so einen hoch emotionalen menschen wie mich schon eine arbeit neue emotionen immer schön gewaltfrei kanalisieren und so kam ich jetzt drauf als ich länger darüber nachgedacht habe dass damals dieser unbewusste drama dramatische filme abend jeden freitag das war mein wochenend ritual mein wochenende bestand übrigens nur aus samstag weil ich dann sonntag wieder weitergearbeitet habe aber freitag abend war gesetzt ich habe mir dramatische hoch traurige filme ausgeliehen habe dazu meistens sushi konsumiert und dann mal wirklich wirklich bei der erstbesten gelegenheit begonnen zu weinen also ich gehöre auch zu den menschen die im kino auffällig werden die laut schniefen die noch die schon anfangen zu weinen bevor andere überhaupt kapiert haben dass es jetzt gerade gleich wirklich herzzerreißend und hoch dramatisch werden hoch dramatisch wird mir wurde bewusst als ich über diese über diese seite gestolpert bin dass ich sehr regelmäßig weine und genauso regelmäßig weine wie ich würde sagen lache und ich schlafe auch wirklich sehr sehr viel also bin ich persönlich der meinung obwohl sich die wissenschaft darüber streitet wie über so viele dinge dass es tatsächlich so ist dass dieses einmal die woche weinen alles raus lassen tatsächlich ein ganz wertvolles antistressmittel ist das ich dir empfehlen möchte die wissenschaft streitet es gibt eine fraktion von wissenschaftlern die sagt ja das stimmt weinen trägt definitiv zum stress abbau bei nicht nur emotional was ja naheliegend wäre sondern auch körperlich indem durch die tränen auch stress hormone ausgeschwemmt werden und den körper sozusagen beim weinen verlassen dann gibt es die andere wissenschaftlerfront die sagt nein 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 weinen macht ja macht ja auch traurig und kann wenn man das zu sehr zelebriert depressionen fördern etc bei mir funktioniert bei mir wirkt so gut dass ich es dir heute als gefühls und stress katharsis empfehlen möchte und wie es bei dir wirkt kannst du eigentlich nur durch einen selbstversuch rausfinden deswegen geh doch mal auf die seite cry once a week week punkt com und schau ob diese traurigen filmsequenzen dich zum weinen bringen wenn es beim ersten nicht funktioniert einfach die seite aktualisieren dann kommt der nächste film oder vielleicht willst du auch dein weinen dein loslassen von von gefühlen von emotionen von selbstbeherrschung einfach mal raus lassen und drückst ganz oft auf aktualisieren denn immer wenn du diese ganz schlichte seite aktualisiert dann wird ein neue traurige herzergreifende filmsequenz geladen die dich zum weinen bringt so und jetzt wünsche ich dir fröhliches weinen probier das einfach mal aus besuch diese webseite einmal pro woche lass alles raus und mach es wie die schweizer band bonaparte in diesem wunderbaren lied weinbar dass ich dir natürlich unten drunter verlinke sinkt der satz der mir in diesem lied neben vielen guten sätzen am besten gefällt ist ich weine nicht weil ich weinen muss ich weine weil ich kann in diesem sinne fröhliches entspannen beim weinen bis nächsten mittwoch macht's gut und tschüss das war der podcast von anitra eckler vielen dank fürs zuhören und bis zum nächsten mal let's stay online ein